Ich setze das hier nicht voraus und werde das auch im Rahmen dieses Podcasts nicht besprechen. Wer hier tiefer einsteigen möchte, der findet bei uns auf der Homepage ein Skriptum zur multiplen Regression, in dem das Auffinden der optimalen b- und beta-Parameter mithilfe vektoralgebraischer Methoden beschrieben ist. Das führt aber weit über das Ziel dieses Podcasts hinaus. Und wir brauchen das Verständnis dieses Verfahrens auch nicht zwangsläufig, um zu begreifen, was die multiple Regression tut, was sie ausmacht und wie sie angewendet wird. Prinzipiell benötigt dieses mathematische Verfahren genau zwei verschiedene Zahlenkörper, nämlich erstens die Prädiktorinterkorrelation. Das sind die paarweisen Pearson-Produkt-Momentkorrelationen zwischen den einzelnen Prädiktoren. In unserem Fall haben wir nur eine einzige Prädiktorinterkorrelation, nämlich die Korrelation zwischen Alter und Attraktivität. Wenn wir mehr Prädiktoren haben, dann haben wir natürlich auch sehr viel mehr Prädiktorinterkorrelation. Zweitens werden für das vektoralgebraische Verfahren benötigt die Kriteriumskorrelation. Das bedeutet die Korrelation jedes einzelnen Prädiktors mit dem Kriterium. Da haben wir in unserem Falle zwei, nämlich die Korrelation zwischen Alter und dem Net-Wert, sowie der Attraktivität und dem Net-Wert. Wenn wir diese beiden Zahlenkörper haben, dann können wir über vektoralgebraische Methoden direkt zu den Beta-Gewichten kommen. Alleine aufgrund der Korrelationen innerhalb der Prädiktoren und zwischen Prädiktoren und Kriterium sind wir in der Lage, die multiple Regressionsgleichung zu lösen. Zwar nicht für die Rohdaten, aber für die standardisierten Daten. Das klingt ein bisschen nach Magie, ist aber sehr profunde Mathematik nachzulesen, wie angesprochen im Skriptum bei uns auf der Homepage. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wir kennen zwar die Beta-Parameter für die standardisierten Rohdaten, aber die wollten wir ja eigentlich gar nicht. Wir wollten ja die Parameter für die unstandardisierte Regressionsgleichung, das heißt für die Regressionsgleichung, die uns tatsächlich auf Basis unserer Rohdaten den Net-Wert vorhersagt. Wir müssen also aus den Beta-Gewichten irgendwie zu den B-Gewichten gelangen. Und da gibt es eine sehr einfache Umrechnungsformel. Wir müssen nämlich das Beta jedes Prädiktors einfach mit der Standardabweichung des Kriteriums multiplizieren und dann durch die Standardabweichung des zugehörigen Prädiktors teilen. In dieser Transformationsgleichung zwischen B und Beta ist also ein Term, nämlich die Standardabweichung des Kriteriums immer derselbe, egal für welchen Prädiktor wir sein B-Gewicht ausrechnen. Während das Beta-Gewicht eingesetzt werden muss aus den im Rahmen des vektoralgebraischen Verfahrens gefundenen Beta-Gewichten und die Standardabweichung des zugehörigen Prädiktors. Wenn wir also das B-Gewicht zum Beispiel für unseren Prädiktor Alter herausfinden wollten und hätten sein Beta-Gewicht gegeben, dann müssten wir lediglich noch die Standardabweichung der Datenreihe für die Variable Alter berechnen und könnten unser B-Gewicht ermitteln. Das Ganze ist keine Einbahnstraße. In der Praxis werden wir viel häufiger dem Fall begegnen, dass wir B-Parameter kennen und daraus die standardisierten Regressionsparameter ermitteln müssen, ohne die gesamte multiple Regressionsgleichung nochmal berechnen zu müssen. Das ist kein Problem, denn wir können natürlich einfach diese Gleichung umformeln, sodass auf der rechten Seite unser Beta-i stehen bleibt und dafür auf der linken Seite dann der Term bi mal sdxi geteilt durch sdy erscheint. Wer jetzt aufmerksam zugeschaut hat, der wird sich fragen, Moment, für das B0 haben wir ja gar kein Beta-Gewicht gegeben. Das bedeutet, die Anwendung dieser Gleichung hier wird dann natürlich etwas schwierig. Ist richtig? Für die Ermittlung des B0 brauchen wir auch tatsächlich eine andere Formel. Diese andere Formel ergibt sich aus einer inhärenten Eigenschaft der kleinste Quadratemethode. Wenn wir mithilfe der kleinste Quadratemethode eine multiple Regressionsgleichung an Daten anpassen, dann hat die Regressionsgrade eine fundamentale Eigenschaft. Ich sage gerade, aber wir wissen natürlich, dass wir es streng geometrisch bei der multiplen Regression, also einer Gleichung mit mehreren x-Variablen, mit einer Ebene oder sogar Hyper-Ebene im multidimensionalen Raum zu tun haben. Wie vorhin aber schon angesprochen, wir stellen uns diese Gleichung einfach als Gerade durch ein Koordinatensystem vor. Und diese Gerade verläuft im Rahmen der multiplen Regression immer durch den Punkt, der durch den Mittelwert der enthaltenen Datenreihen gekennzeichnet ist. Wenn wir für unser Datenbeispiel die Mittelwerte der Variablen Alter, Attraktivität und des Kriteriums, nämlich der Netzskala, ausrechnen, dann können wir sicher sein, dass die multiple Regressionsgrade durch genau diesen Punkt verläuft. Wir wissen also in unserer multiplen Regressionsgleichung, dass wir den y-Dachwert, also den vorhergesagten Kriteriumswert, durch den tatsächlich beobachteten Mittelwert der y-Variable ersetzen können. Ebenso können wir den x1-Wert durch den Mittelwert der Variablen x1 ersetzen und den x2-Wert ebenfalls durch den Mittelwert der Datenreihe x2. Zusätzlich haben wir ja gerade gesehen, wie man die Parameter b1 und b2 ermittelt. Das bedeutet, in dieser Gleichung, die wir jetzt aufstellen können, ist noch genau ein einziger Term unbekannt, nämlich der Term b0. Wenn wir also unsere Datenmittelwerte und die zuvor gefundenen Regressionsparameter in diese Gleichung einsetzen und sie nach dem Parameter b0 auflösen, dann können wir diesen Parameter unmittelbar aus den Daten und den vorher berechneten Regressionsparametern bestimmen. Und genau das habe ich hier noch einmal dargestellt. Das ist die bereits umgeformte allgemeine Gleichung für jede beliebige Regressionsrechnung, nicht nur wie in unserem Fall mit zwei Prädiktoren, sondern mit beliebig vielen Prädiktoren. Mit der Information, dass die multiple Regressionsgleichung immer den Punkt enthält, der durch die Mittelwerte der enthaltenen Daten definiert ist, können wir uns auch beantworten, warum bei der Regressionsgleichung für standardisierte Daten dieser Parameter b0 wegfällt. Wir haben im Rahmen der Z-Standardisierung hergeleitet, dass für Z-Standardisierte Daten immer der Mittelwert 0 und die Standardabweichung 1 ist. Wenn die Regressionsgleichung, also den Punkt 0, 0, 0, 0 und so weiter enthält, dann braucht sie keinen Y-Achsenabschnitt mehr, dieser Y-Achsenabschnitt muss dann natürlich 0 sein. der Festionsgleichung war. die Regressionsgleichung der Kampfer ab Wake, die Regressionsgleichung 1 ist,